Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück zu Rue the Waves 3. From Iron Clash to Missile Age. Oder Missile Age oder Missile Cruiser? Ich glaube Missile Age. Ja, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich hätte große Lust mit euch einfach bis ins Raketenzeitalter zu zockern. Mache ich eigentlich hier Murks oder wie ist das? Ich weiß es, ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher. Wir gucken uns mal an. Wir nehmen mal die Franzosen zur Zeit als Referenz, die Franzosen, aber auch die Russen und beide sind uns weit überlegen. Ich will mal gucken, was haben die denn für Schlachtschiffe? Die Bernuss. Nicht zu verwechseln mit Walnuss. Okay. So, den wird immer die Füße heben. Das Niveau will durch. Gut, mit satirischen Ansätzen versuche ich es gar nicht. Jetzt weiter. 13 Inch, zweimal 11 Inch und zwölf. Seht ihr, das ist das mit der Mittelartillerie bei den alten Schlachtschiffen, ne? Man denkt dann, die haben vier Haupttürme, aber die haben nur zwei Haupttürme und die Mittelartillerie ist auch so groß. 10.016 Knoten. Da haben sie quasi die meisten, das ist neuer hier, das sieht, ah ja, viermal acht Inch, viermal fünf Inch, zweimal zwölf Inch. 10 Zoll Panzerung, 12.000 Tonnen, also das ist ja quasi unser Duellgegner für die Preußen, viermal zwölf, auch 10 Zoll, zehnmal sechs Inch. Was haben wir bei der Preußen? Ups, was haben wir bei der Preußen? Muss ich da hier jetzt rein, oder wie? Ja, ich finde also, das Coole ist, dass die schneller ist. Geschwindigkeit ist die beste Panzerung. Das ist mein Credo. Tatsächlich ist es so, dass natürlich auch, wenn wir große Fahrt machen, nicht nur, dass wir dem Gegner erfolgreich entkommen können oder uns auch aussuchen können, ob wir mit dem Gegner kämpfen können. Und das ist hier auch noch besser als bei Dreadnoughts tatsächlich. Also, ja, werdet ihr dann sehen in den Kämpfen. Sondern wir sind auch ein schwerer zu treffendes Ziel, wenn wir große Fahrt machen. Was war A noch mal? Das sind die, genau, diese Cramped Accommodations, also die Unterkünfte. Ja, ich hatte es gesagt, 1893, wir bauen ein neues Schlachtschiff und die leichten Kreuzer werden wir trotzdem auch noch weiter aufrüsten. Die Kohlberg war, glaube ich, irgendwie keine gute Entwicklung jetzt retrospektiv betrachtet. Also, sie ist nicht völlig nutzlos, aber, ja, ich mache mal einen Entzug. Next month, we are currently not fulfilling the... Jetzt bin ich irritiert. During a coronation review, there has been a collision between one of our ships and a ship from Japan. What is your command? Das kann ja nun mal passieren, oder? Was the result of clumsy maneuvering by the trained crew of the... Nee, dann müssen wir das machen. Und schon gehen hier die Tensions wieder hoch. Ja, mit Russland knarrt... Wie sagt man? Knarrt ist auch im Gebellknee. Ach, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir haben ganz andere Probleme. Wir müssen... Ich kann mal jetzt nicht... Was ist denn, wenn ich jetzt All Reserve mache? Trotzdem kann ich keine sieben Kreuzer bauen. Geht nicht. Scheiße. Aber wir haben doch... Wir haben doch... Wir haben doch Chips under construction... Or... Schwerer Kreuzer Building. Must have seven... Ah. Nee. Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also must have... Es bezieht sich auf Building, glaube ich. Aber das müsste doch dann... Müsste doch dann passen. So, wir machen die Immobilization. Hm. Jetzt klinge ich mal einen Schluck Kaffee. Vielleicht hilft das meinen Gehirn auf die Sprünge. Hm. Ja, weiß beim besten Willen nicht, wo da das Problem ist. Ich mach mal einen... Sollen wir schon jetzt... Das Schlachtschiff... Entwerfen. Also... Das neue Flaggschiff. Hm. Ich glaube, man darf auch nicht mehr als die Hälfte des Jahresbudgets hier anhäufen. Sonst kürzen die einem das Budget. Man weiß halt nicht, ne? Also... Wir haben jetzt hier... Machinery. Das haben wir entwickelt. Wir haben... Nee, das ist das Gleiche. Hier. HW Armor. Proofed of Armor Quality. Wir können besseren Stahl. Das gehört sich auch so als Deutscher. Wir machen mal noch einen Monat. Na, das können wir uns dann gerade nicht leisten. Die Gefion braucht einen neuen Kommandanten. Hier. Good Administrator. Warte mal, da gucke ich mal eben. Officer Characteristics. Das ist, glaube ich, für Übersee ganz gut, ne? Reduces Maintenance Costs of Ship. Ho, 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 ho. Das macht natürlich Sinn bei einem teuren Schiff. Aber leider ist der Fregattenkapitän hier below average. Die Callback, aber da möchte ich bitte auch einen guten Kommandanten... Ich mach mal hier Blockade. Warte mal. Okay, what? Average, ja. Wir könnten... Victoria Louise, was die stationiert in Nordeuropa, wie alle Schwerenkreuzer... Machen wir mal... Einfach, um ein bisschen Geld zu sparen. Ach so, ne, da brauche ich einen Kapitän zu sehen. Okay, ne, dann ist das so. Dann, ähm... Ja, dann nehmen wir den halt mal. Wir können ja ein bisschen Erfahrung sammeln für die nächste Beförderung. Und dann kann er vielleicht auch mal ein Schlachtschiff oder einen Schwerenkreuzer kommandieren. Ja, man kann die auch befördern. Man braucht dazu allerdings Prestige. Ähm, okay. Not researched. Man weiß halt nicht, ne, wann der die nächste Forschung kommt. Also die nächste technologische Durchbruch. So, ich lasse jetzt mal Dreadnought, der stellt das eh um auf Schlachtschiff. Glüm, zack. Hässlich. Schön sind die einfach nicht, diese Ironclads, ne. Ja, machen wir mal so. Schön sind die einfach nicht. Also, so, dann gehen wir natürlich auf 15.000 Tonnen. Dann gehen wir auf... 13 haben wir nicht. 12. Gundata, wenn ich mal gucken. 10.000 Yards. 5 Zoll durchschlagen wir da quasi. Ab hier ist übrigens dann, also ab einem Feuergefecht auf eine Distanz von 8.000 Yards. Kommt dann die Deckspanzerung auch zum Tragen. Aber das ist jetzt erstmal noch nicht so ein Thema bei den Schiffen hier. Victoria, ne, pre-Dreadnought machen wir das natürlich. Alles pre-Dreadnought, weil da sind wir einfach gerade. Range ist short. Ich mach mal 18 Knoten. So. Und 11 Zoll Panzerung. Tour, ne, machen wir auf 10 Zoll. Deck... Belt 11. Extended Belt 4. Upper Belt. Gehen wir mal ein bisschen runter. Kein Tower, top. Ja, auch das wieder für die heimischen Gewässer. Nicht Mecklenburg, sondern... Kaiser fände ich schon mal cool, weil einfach, weil das ein wirklich großes Schiff ist, also für diese Zeit. Wir ändern die mal Kaiser. Und jetzt haben wir aber hier... Kasematten, Zwillingsgeschütze, 8 Zoll. 8 Zoll. So. So. Und 10 ist natürlich krass, ne. Rounds, ich mach mal 175. Ja, 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 ja. Hier gehen wir mal auf 100. Na komm, wir brauchen noch ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Gewicht. Nur ein bisschen. Können Extended Belt, können wir nochmal probieren, auf 3 Zoll runterzuziehen. Ja. Upper Belt machen wir auf 4 Zoll. So. Da haben wir trotzdem noch guten Panzerschutz. Das Deck ist ein bisschen dünn. Das wäre eigentlich auf 2 Zoll besser. Weil unter 2 Zoll ist die Wahrscheinlichkeit, dass Splitter... Das Deckdurchschlagen dann, ähm... Ja, größer. Mal hier. Zack. Da haben wir 4 auf jeder Seite. Ein bisschen wenig, ne. 5 auf jeder Seite. Ich will hier nicht von den 10 Zoll runter. Kann natürlich... Klar, können wir so machen, ja. Da haben wir das Problem gelöst. Auf der anderen Seite, die Preußen läuft auch 17 Knoten, ne. Dann könnten wir natürlich hier wieder auf 4 Zoll hochgehen. Die Türme können wir... Naja, das geht nicht mehr. Secondary Guns können wir... Obwohl, ja. Ne, das... Das ist wichtig jetzt, ne. Dass die auch gut gepanzert sind. Ja, und die Brücke ist natürlich auch wichtig. Abpuppet... Ne, da gehen wir... Ups. So. Kaiser. Ach, ne. 17 Knoten. Ich werde alle meine Schiffe versuchen, die schnell zu machen. Einfach, weil wir eine unterlegene Marine auch haben. Ja, und hohe Geschwindigkeiten halt schützen dich einfach mehr als alles andere, weil du einem Kampf entgehen kannst, weil du ablaufen kannst, weil du einen Gegner verfolgen und stellen kannst, ja. Ja, also du kannst entscheiden, wann und wo du kämpfst. Das waren Prinzipien, die Napoleon völlig durchdrungen hat. Was hat er zu seinen Soldaten gesagt? Was ihr an Schweiß ausgebt, ich weiß nicht, ob der Ausgeben das richtige Wort ist, spart ihr dann an Blut, ne. Geschwindigkeit ist einer der wichtigsten Attribute in der Kriegsführung. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. So, dann gucken wir mal. Nero. Oh, okay, das ist ein Problem, weil wir sind in der Nordsee unterwegs. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist blöd. Dann könnte man das natürlich nochmal so machen. Dann könnte man hier hochgehen. Ich gehe mal eben hier auf 10 und will mir mal die Gundata angucken. Reichweite 9.000 Yards. Und hier haben wir Reichweite, also sind circa 1.000 Yards, hat die Hauptartillerie dann mehr als hier die Mittelartillerie. Ah, das ist dann zu viel gewollt. Und ein bisschen mehr Munition. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne. Boah, krass. Wahnsinn, ne, was das an Gewicht mit sich bringt hier. Wir haben hier nochmal 6, da gehen wir mal auf 12 runter. So, 14, da haben wir 7, haben wir Kasematten. Haben wir 7 Geschütze Kasematten Artillerie, ein Steuerbord und Backbordseiter. Oder ich will mal, lass mal versuchen hier mit, ja, also Auto-Dingenskirchen gibt es hier nicht. Oder ich mach mal eben so. Oder mach ich nochmal so? Ne. Set Position. Ja. Set Position. Ja, das ist auch gut. Set Position. Zack. Ah, ich werde hier noch ein richtiger Schiffsdesigner, werdet ihr sehen. Set Position. Zack. Machen wir mal so. Ups. Ne. So. Machen wir hier. Set Position. Zack. Jetzt machen wir jetzt 4, ne. Set Position. Wie gesagt, das ist nur grafischer Schnick-Schnack jetzt, ne. Das ist jetzt so symmetrisch nicht wirklich, ne. Oh, gar nicht so einfach, das ist auch gar nicht so einfach, das dann symmetrisch zu kriegen. Nicht, dass das dann Schäpp aussieht. Aber wir machen das einfach zur Kasematten Artillerie. Ich wollte das nochmal ausprobieren. Das ist doch ein beachtlicher Gegner. Also, die Kaiser kann es mit jedem französischen Schlachtschiff aufnehmen, aber die ist leider Building Nations, Secondary, Double Turrets. Dann haben wir hier ein Problem. Sieht dann halt wieder merkwürdig aus. Ne, da oben drauf wohl kaum. So, guck mal. Turret Ox. Ja, und Kasematten geht wahrscheinlich auch nicht, ne. Achso, wir können nur 8. Okay. Warte mal aus. Okay. Oh, jetzt haben wir halt wieder hier. So. Das sind ja. Ja, das ist okay. Short Range und Crumped. Dann können wir den Upper Belt doch noch ein bisschen hoch machen. 5 Schuss mehr per Gun. Naja, warum nicht, ne. 10 Schuss mehr. Dann haben wir halt hier nur noch 4 Zoll. Das sind 10 Zentimeter, ne. Das sind 20 Zentimeter Geschütze hier. Ja, trotzdem. Also, ich glaube, das ist ein gutes Schiff. Schlachtschiff Kaiser. Safe and Finish. Yep. Okay. Schiffs and Service. Werden wir mal wieder sortieren. Und dann machen wir weiter. Ja, sorry, also ich habe ja einen schweren Kreuzer hier. hier auf Kiegel gelegt. Also, das verstehe ich jetzt nicht, ne. Und sieben leichte Kreuzer ist halt einfach nicht zu machen. Ist einfach nicht zu machen. Das ist ein Breakthrough. Hat das dann Auswirkungen auch auf schon gebaute Schiffe? Ich hoffe, ich hoffe doch, oder? Dass wir jetzt bessere, panzerbrechende Munition haben. But they're working on problems. Oli Juroscope. Ja. Increases. Tanchement thrust increases. Wann wird die Pillow fertig? Schwerer Kreuzer Scharnhorst. A spy from France has been discovered. What do you do? Ah ja, das kann ich nicht machen. Wir gehen in den Krieg mit Frankreich. So, trinke ich nochmal einen Schuss Kaffee. Alles geht los, Kameraden. Ja, die bauen wir direkt. Die bauen wir direkt. Und da hoffe ich doch mal, dass die uns die Gelder mal ein bisschen erhöhen. Die Pillow ist zum Glück bald fertig. Dann legen wir direkt einen neuen Kreuzer auf Kiel. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Forward Station ist okay. Wir haben noch keinen Krieg. Wir haben noch keinen Krieg mit Frankreich. Okay. The Kaiser wants you to deploy additional forces on the Baltic to detail aggression moves by the Russian Navy. Currently strength is no required. 70 ships and reserves count. Ach du Scheiße. Tension increases due to random increases. Was ist denn da gerade los? Reduced, reduced mit Österreich-Ungarn. Britain decreases because the Shell... Okay, wir kriegen ja echt Probleme gerade. So, dann müssen wir mal gucken. Wir werden jetzt mal gucken. Gibt es denn... Ich weiß immer noch nicht, falls ihr in der letzten Folge mir gepostet habt, wie das mit der Stärke ist und so. Das ist eine Aufnahmesession hier mit der dritten, vierten Folge. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist jetzt die fünfte, ne? Bass Capacity. Okay. Um dem gerecht zu werden, werden wir New Division das zweite Geschwader machen. Zweite Geschwader. Zweite G. Und da kommt natürlich auch die zweite Aufklärungsgruppe dazu. Zweite Aufklärungsgruppe. Dann ist das hier die zweite AG, haben wir das genannt. So, die natürlich hier. Set Roll. Core. Vom zweiten Geschwader. Screen Scout, jawohl. Und dann nehmen wir da rein, die Wittelsbach. Zweites Geschwader. Und welchen schweren Kreuzer verlegen wir in die Ostsee? Die Freya. Noch ist ja alles gut, ja? Division Assigned Division, zweite Aufklärungsgruppe. Und dann können wir die ja hier direkt verlegen, oder? Move Division zu Baltic. Und die zweite Aufklärungsgruppe, Move Division in die Ostsee. Des Weiteren, wir haben ja schon zwei Korvetten, die machen hier mal, Trade Protection können wir nur im Kriegsfall machen, ja? L ist Long Range, ne? Das habe ich irgendwie übersehen. Ja. 4 x 6 Inch, 18 Knoten, leichter Kreuzer Hamburg. Das ist eigentlich viel besser geeignet hier für für unser Ist-Indien-Geschwader als die bisschen verkorkste Kollberg. Also ich glaube, dass die einfach nicht gut ist, die Klasse, für die Aufgabe, für die sie gedacht ist. Na gut, wir machen mal weiter. Ach so, ja klar, die Divisions brauchen ja auch noch einen Kommandanten, beziehungsweise einen Kommandeur. Das ist ein Commander. Below Average. Average, es ist Kreuzergeschwader. Bartels und die Aufklärungsgruppe übernimmt Kanzler. Assign Commander übernimmt Zetscher. So. Report Italy. Tension with Japan is reduced, nehmen wir hin. So, haben wir jetzt genug. Ist der Kaiser zufrieden mit uns? Best Capacity used, 11. Wir verlegen auch nochmal leichte Kreuzer in die Ostsee. Was haben wir denn da? Machen wir einen neuen Division, Editor, New Division. Das dritte Kreuzergeschwader. Wie viele I's sind das jetzt? So, drei. Kreuzergeschwader. Der KG haben wir das genannt. Drittes. KG. Okay. Set Roll. Scout. Und für das zweite Geschwader scouten die natürlich. Das soll erstmal reichen für die Ostsee. Die sind alle im ersten Kreuzergeschwader zusammengefasst. Wir haben aber hier noch die Amazona. Und die Gefion. Drittes. Kreuzergeschwader. Dann brauchen wir da auch noch einen Kommandeur. Above Average. Hier Kapitän zur See. Krech. Ja. Der muss ja fähig sein, einen Geschwader zu kommandieren. Und dann verlegen wir die direkt in die Ostsee. Drittes. Kreuzergeschwader. Geht in die Ostsee. Wann sind unsere Korvetten fertig hier? Dauert noch ein bisschen. Die Pillow ist bald fertig. Gut. Weiter geht's. There has been an internal up here in Albania. Italy is apparently standing for the order like No effect. Tension. Tension. Ne, 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 ne. Ist taken. Ja, ja. Sollen sie mal machen. Very tense. Okay. USA und Spanien. Das hilft uns aber auch nicht gegen Frankreich. Russia and France decreases because both have a relation. Ja. Also die verbessern jetzt ihre Beziehungen, weil die beide Stress mit uns haben. Wir müssen echt aufpassen hier. Yes. Breakthrough. Hull Construction. Ein Prozent Gewichtsersparnis. Nochmal ein Breakthrough. Subdivision and Damage Control Systems. Watertight Integrity. Also die werden nochmal ein unglaublich Ship Design Design Calculations. Nochmal Gewichtsersparnis. Ist complete. We now have been total base capacity in Indian Ocean of 10. Nice, 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 nice. Ships on the construction. Was ist mit der Pillow? Ein Monat. Shippling. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Na, immerhin mal ein paar gute Nachrichten, Leute. Threat from France. Rise sector. Yes. Nice. Also, Zeichen stehen auf Krieg, Leute. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ship under construction. Ich würde sagen, wir brauchen mehr leichte Kreuzer. Die können von der Reichweite hier Handelskrieg führen, allerdings von der Bewaffnung her, ja, vier mal sechs. Ja, also, hier haben wir zum Allgut, das sind schwerer Kreuzer. Zehn mal vier, zehn mal vier. Ah, es geht eigentlich, ne? Zweites Kreuzer Geschwader. Ich würde gerne zwei neue Kreuzer, also leichte Kreuzer bauen. Die Frage ist, wir bauen auch da, können natürlich direkt einen zweiten schweren Kreuzer bauen. Die Gneisenau. Ich gehe mal in Shift Design rein. Und dann gehen wir hier mal auf fleichten Kreuzer. Gucken wir uns mal ein schönes Design aus. Nee, gefällt mir alles nicht. So, machen wir das mal. Ah, warte mal, wir gehen hier nochmal raus. Wir gehen mal Chips and Service. Wir haben jetzt zum Letzt die mit 7000 Tonnen Kolberg, Königsberg und Pillauer. Die haben vier mal vier Zoll und acht mal na, das ist echt echt nicht so cool. Design-Chip, also, Leichterkreuzer. So, das ist schön. Dann gehen wir mal auf 8000 Tonnen. Ich weiß nicht, ob wir das so 8000, äh, 8000, habe ich gesagt. So. Protected Cruiser müssen wir machen, ne? Dann, wir wollen hier uns verbessern. Ich glaube, 8 Zoll ist dann schon schwerer, Kreuzer, ne? Naja. 7 Zoll? Ja, okay. Also 6 Zoll ist das Maximum. Ja. Okay. 6 Zoll und dann nehmen wir hier 4 Zoll und jetzt kommt, wir wollen Long Range Belt. Was haben wir denn hier so an? Sieht man das hier gar nicht, ne? Ne. Wir nehmen mal 3 Zoll Panzergürtel und auch den Tower. Gehen wir auf 3 Zoll hoch. Wir haben hier noch Luft. so. Add Mount. Add Mount. Delete Mount. Das ist alles Submerged. Dann würde ich noch mal Forward, Aft, Sub machen. Wir haben noch keine Sekundärartillerie. Dann haben wir hier Normal, Normal, Normal Engine Speed um noch mal ein bisschen Gewicht zu spielen. Wie sparen wir da? Ja, 100 Tonnen noch mal. Na komm. Machen wir mal. Turrets, ja. Hier sparen wir noch mal. Decks Panzerung. Sparen wir noch mal. 1,5. Deck Extended. Upper Belt. Belt Extended. Machen wir mal ein bisschen. Upper Belt. So. Kann ich taue ab. Was ist, wenn wir auf 4 hoch gehen? Die Türme dafür auf 3. Oh, nee, das ist zu dick. So, wir haben hier 4 Zoll. Okay. 3,5. Oh, das kriegen wir nicht hin, ne? 22 Knoten kriegen wir hin. So, Pick Name. Pick Name. Emton. Ganz klar. Colonial Service machen wir nicht. Das lassen wir auf Normal. Pre-Dreadnought sind wir noch. Aber das ist, glaube ich, egal, ne? Ein bisschen. Wir sind ja noch Pre-Dreadnought. Also von daher. Hallo. Ist doch cool. Können wir da noch ein paar ganz mitnehmen? Nicht so schlecht, oder? Was sagt ihr? Dann haben wir nämlich Long Range. Das wird ein Raider. Ja, also einer, der Handelskrieg führt. Leichter Kreuzer Emton. Gucken wir mal. Alles okay. Leichter Kreuzer Emton. Und er hat ganz gut Feierkraft, würde ich sagen, ja. Hier, das ist die Torpedos, ne? Ja, und die schießen in jedem Fall zur Seite. Nice. So machen wir es. Okay. Yep. Und da bauen wir dann zwei Stück von. Commander. Die Pillow. Assign Commander. Above Average. Königsberg. Kolberg. Wir nehmen den Brachmann. Brachmann. Und den müssen wir halt hier dann noch ersetzen. Schuch. So. Die Pillow wird auch Teil des Ostindien-Geschwaders. Kanzel. Kanzel. Oder? Wollen wir legen. Macht das Sinn? Oder? Ja. Gut. Also es dauert noch ewig, bis wir die neuen Kreuzer online haben, wollte ich gerade sagen. Ähm, im Einsatz haben. Division. Assign. Aus Indien-Geschwader. So. Und du nimmst Kurs auf Indischen Ozean? Weiß ich nicht, ob das reicht, ja. Ich. Ob da die Base reicht. Ich blick das nicht. Das ist echt blöd. Vielleicht, also vielleicht hat es ja auch schon jemand erklärt. Base Capacity. Vier von zehn. Also der, der leichte Kreuzer, wir haben jetzt ja nur den leichten Kreuzer hier, braucht vier von zehn. Und hier haben wir das vier von zwanzig. Okay, dann, dann geht die nach, in den Südpazifik. Aber da haben wir keine Franzosen, ne? Wir müssen hier in den Indischen Ozean. Kann ich die schon bewegen? Ich weiß es gar nicht. Indischen Ozean. Hier. Das ist die Basegröße hier, oder was? Westafrika, ja. Und wo sehe ich? Es muss doch irgendwo zu sehen sein, ob es, ja. Wie viel ich benutze, ne? Hier, ist es das? Vier. Ja, das ist es. Okay, dann Kommando zurück. Kommando zurück, Kommando zurück. Warte mal, Cancel. Ship under construction. Ne, da sieht man es nicht. Wir bauen ja hier auch, äh, die Scharnhorst. Im Südpazifik haben wir, da können wir halt gegen Frankreich, haben die Franzosen da gar nichts, ne? Die haben hier was. Aber da können wir, da können wir die Scharnhorst auch einsetzen. Mandelskrieg. Wir haben ja Long Range. Versteht ihr? Aber hier sind auch Franzosen. Vier. Base, ja, alles klar, jetzt habe ich es. Okay, super. Das ist hier die Capacity, ne? In Klammern immer. Okay. Ich würde sagen, wir kämpfen da, wo weniger Franzosen sind. Das ist ja nicht blöd. So, dann machen wir das über die Taste M. In den Südpazifik. Werden feierlich in Wilmshaven verabschiedet. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Und dann geht es los mit unserem Ostindiengeschweig. Ich freue mich auf die Scharnhorst. Das Bye vom Austria. Ja, alles gut. Wir werden hier auch mal ein bisschen Spioner hinschicken. Research. So langsam. Und dann macht das auch immer noch mehr Spaß. Noch mehr Spaß, ja? Das ist ein völliger Irrsinn, dieses Spiel. Also wirklich. Das ist so geil, wie es hässlich ist. Entschuldigung. Stone and Technology. In AP Project from Mars. An allen Ecken und Enden brennt es. Reporter in France about war. Okay, warte. Wir machen jetzt hier mal. Ja, bei den Briten haben wir ja schon. Ja, haben wir auch irgendwo gute Beziehungen. Kann ja aber nicht was ein. Wie sieht es mit Italien aus? Italien. Komm, wir... Ich mache das wie bei Dreadnoughts. Ich mache hier schön Wetter und dann passiert nichts. Nee, hier ist es nicht so. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft, ja? Das ist kein Ringelpiez mit anfassen hier. Ships on the Construction. Kaiser, 22 Monate. Wir haben die Emden. Dann haben wir hier Kapazitäten frei. Nächsten Monat. Dann los. Basti, sabbel nicht. Komm, hier. Zack. Haben wir... Nee. Da. Natürlich Kolberg. Braucht natürlich einen Kommandanten. Kolberg. Königsberg. Königsberg. Geffion. Nee. Machen wir hier von der Amazone. Ziehen wir den ab. Und die Amazone kriegt natürlich hier einen neuen. Franzius. Weiter geht's. Drei Korvetten. Into the Navy. There has been an uprising in an african country in the focus of great power colonial ambitions. We need to send a force to evacuate our nationals and protect our interests. What size should the... Ach du Schande. Da haben wir überhaupt kein Schlachtschiff, was da hinfahren kann, Leute. Aber da geht's jetzt nur darum... Ach du Kacke. Boah, da gehen die Tensions aber auch zwei hoch, ne? Dann machen wir das gleich so. Ach du Kacke. Achtung und... Bekanntmachung. Mobilmachung. Germany and France are now at the state of war. Krieg. Boah. Ho, 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 ho. Boah, alter Verwalter. Also das ist jetzt ja... Ja, klar. Ach du Schande. Wir haben keine Verbündeten. Leute, da ist jetzt richtig, richtig Alarm, ey. So, wir bauen drei Emton-Kreuzer. Ähm, nee, ich mach die einzelnen, weil ich das... Weil ich die Namen... Bildschip. Dreimal die Emton. Pick. Weil ich die Namen selber aussuchen will. Emton. Dresden. Bildschip. Pick. Ach so, ja klar. Alter Schwede, ist das übel, ey. Breslau. Stendal. Hameln. Ja, ich bin auf der Hameln gefahren. Das mach ich. Wo das natürlich ein Mien-Sucher ist. Nice, das freut mich. So. Dann haben wir hier... Aber ein bisschen kriegen wir... Aber das ist natürlich jetzt übel, ne? Zehn. Ja, aber das sollte passen. Haben wir den Schweren-Kreuzer-Scharnhorst hier. Das sollte passen. Du Schande, ey. Also wenn England jetzt noch mit in den Krieg oder Russland... Das wird übel. Das wird übel, Leute. Wir haben richtig Probleme jetzt hier. Das ist nicht wie bei Dreadnoughts. Das ist richtig, richtig übel. Ich bin noch ein bisschen jetzt gerade... Ich muss erst mal... Ach, du Schande. Trade Protection. Müssen wir irgendwie... Required. So, Baltic und Northern Europe. Da gehen wir mal hier rein. Und die Korvetten machen wir alle auf Trade Protection. Und dann haben wir sieben von vier global. Mein Kaffee ist gleich leer. Ich habe keinen Adjutanten, der mir jetzt hier einen neuen Kaffee macht. Hm. Okay, das reicht nicht. Aber wir kriegen... Ne, Trot... Na, scheiße. Das ist... Aber wir kriegen ja gleich neue Korvetten. Trotzdem müssen wir eine Korvette hier rüberschicken. In die Baltic Sea. Oh, es ist mir... Mir ist es richtig übel, ne? Es ist alles mobilisiert. Trade Protection. So, dann... Die beiden, die können wir schon mal... To Raider machen. Ja, die Kohlberg auch. Ich weiß, ja... 22 Knoten sollte doch irgendwie schlau sein, oder? Dass wir hier Handelskrieg führen. Franzosen sind es hier... Naja, okay, dann geht das verloren. Wir müssen... Wir brauchen... Tread... Ne, diese... Ich bin völlig... Völlig... Gaga. Hier, das hier. Im indischen Ozean können wir nicht... Raider machen. Da müssen wir auf Foreign Station machen. So. Und wir haben jetzt natürlich auch Probleme in der Ostsee. Oh, ist das beschissen, Leute. Ist das beschissen. Die Wittelsbach. Wie lange brauchen wir noch? Ah, 21 Monate. Mit Russland ist ja noch alles gut, ja. Also, alles gut nicht, aber... Ach, du Schöne. Die Franzosen... Die Russen haben auch acht Schlachtschiffen. Wir haben nur vier. Ne, Kreuze. Basti ist total völlig... Völlig durch den Wind. Wir bauen nur ein Schlachtschiff. Und die Russen bauen fünf. Wir brauchen mehr Kohle, Leute. Na ja, das dauert alles. Das dauert alles. So, das erste Gefecht... Wie weit sind wir denn hier mit der Folge? Oh, wir sind am Ende angelangt. Wir machen hier einen Schnitt. Das Gefecht... Boah, elf Schlachtschiffe. Das machen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin der Basti und ich bin der Basti und ich bin der Basti.